Also das Thema Kommunikation ist bei den zwei höchst interessant. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren entspannten Reaktion auf diesem Kanal. Wir werden uns heute den Ketzer der Neuzeit anschauen aus gegebenem Anlass, weil ich gestern ein Video von Tobias Hoch gesehen habe, wo er ihn, ich sag mal, eingeordnet hat in ein gewisses Raster. Und ich möchte mich gerne selbst davon überzeugen und meine Meinung bilden. Ich muss dazu sagen, ich kenne den Ketzer der Neuzeit schon ein wenig länger, weil er damals auf meiner For You-Page auf TikTok sehr präsent war. Ich weiß nicht, ob er das primär benutzt hat als Plattform oder eben nur als Trittbrett, weil man muss einfach mal erwähnen, er ist durchaus erfolgreich mit dem, was er hier macht. Wir reden hier von über 300.000 Abonnenten auf YouTube. Und das ist einfach mal eine gewisse Schlagzeit, die du erstmal erreichen möchtest. Zudem ist seine Community durchaus aktiv. Wir haben hier über 30.000 Likes unter dem Video. Das ist einfach mal eine Hausnummer. Und ich kann auch verstehen, warum viele Leute sein Content feiern, warum sie ihn mögen. Das ist vollkommen menschlich und nachvollziehbar. Mich interessiert nur, ob das Negative, was dahinter steht, wirklich Bestand hat oder eben nicht. Es kann durchaus möglich sein, dass ich dafür mehrere Videos von ihm schauen muss. Wenn ihr dabei sein wollt, dann schreibt mir das einfach in die Kommentare, dann weiß ich Bescheid. Wenn dem nicht so ist, dann dürft ihr das natürlich auch gerne schreiben. Gut, ich bin jetzt einfach mal gespannt. Ich weiß auch nicht, ob wir das Video komplett schauen. Das wurde mir gesagt, ich soll das bitte erwähnen, wenn dem so ist. Also es kann passieren, dass ich es mir nicht komplett anschaue. Weil als Rechter unter Feministen nicht nachmachen. Ich weiß nicht, ob das Thema mich so abholt. Okay. Ich fühle mich als Frau hier nicht so ganz wohl, ehrlich gesagt. Okay, sie hat auch ein Mikrofon, das heißt, sie ist auch mit im Team drin. Es begab sich am Internationalen Frauentag. Also muss ich einfach mal sagen, er hat auf jeden Fall schon ziemlich viele Skills, um solche Videos produzieren zu können. Von Anfang bis jetzt, da haben wir Dramatik mit drin gehabt, da haben wir Musik, die das Ganze untermauert. Jetzt noch einen wunderbaren Synchronsprecher. Herrlich. Dass eure Lieblingsrechtsradikalenhetzer eine Feministendemo besuchten. Sie führten spannende Gespräche, die jedoch nicht jedem gefielen. Sie wurden beleidigt, bedroht und belästigt. Sie lachten, liebten und weinten. Dies ist die Fortsetzung ihres Abenteuers. Keine Morddrohung auf Kamera, ich lieb's. Wir können das Thema vielleicht schon mal anschneiden. Jeder Mensch, der was gegen den Ketzer der Neuzeit hat und sich so gegenüber ihm verhält, bietet ihm sehr viel Aufschwung, dass der Kanal noch mehr wächst. Weil dann bist du das Gelächter im Kommentarbereich unter seinen Beiträgen. Selbst wenn er dich zensiert, kann er das doch immer noch relativ gut verwenden. Es ist nicht sonderlich schlau, so auf so Leute zu reagieren, wenn man dagegen ist. Mal so ganz plump formuliert. Vielleicht gehen wir da gleich noch ein bisschen tiefer drauf ein, auf das Thema. Ihr seid hier, um schlechte Stimmung zu machen, das wissen wir beide. Hast du eine gute Stimmung, wenn du sagst, ja, wir sollten alle Männer umbringen? Also nicht alle, aber bei 1, 2 hier so in der unmittelbaren Umgebung. Ja, in der Morddrohung auch. Das ist wirklich nicht intelligent, sich so zu verhalten in dieser Situation. Es ist ohnehin nicht intelligent, jemandem indirekt den Tod zu wünschen. Das ist jetzt mal ganz, ist ja klar. Aber in so einer Situation bietest du halt mega viel Angriffsfläche. Und damit ziehst du nicht nur dich selber, weil du bist ja in diesem Moment anonym, mit nicht gekennzeichnendem Gesicht und sowas alles, sondern du ziehst deine gesamte Bewegung damit in den Treck, was damit indirekt in Verbindung steht, also das Thema Feministen oder wofür diese Demo, die hier veranstaltet wird, auch immer ist. Das ist nicht intelligent. Auf Kamera, ich lieb's. Und ja, dieser Tag war ein reines Abenteuer. Abenteuerlich war auch dieses Schild hier. Abortion saves lives. Zu deutsch, Schwangerschaftsabbrüche retten Leben. Was theoretisch auch richtig ist. In der Theorie. Ich bin jetzt mal ganz einfach unterwegs und sag, ja, theoretisch kann Abtreibung Leben retten, wenn wir in besonderen Lebenssituationen sind, was weiß ich, sonderlich Jungen oder Menschen, die eine Schwangerschaft nicht überleben können, die es nicht wollen, da, ja, kann das Leben retten. Besonders wenn wir jetzt im Thema von psychischen Erkrankungen sind und da dann eine Schwangerschaft auftritt oder wenn wir von einer Vergewaltigung reden und, und, und. Das ist ein riesiges Thema. Ich hoffe nicht, dass er das jetzt so pauschal schmettern möchte. Im Klartext, heranwachsende Kinder zu töten, rettet Leben. Er schmettert es runter. Und Panzer beenden den Krieg. Also, ich bin ganz offen und ehrlich, ich gehe nicht mit den Sachen, die er so transportiert, d'accord. Ich finde es trotzdem wichtig, darüber zu reden, was er macht, wie er es macht, um da einfach mal ein bisschen den Blickwinkel draufzusetzen. Ich glaube, vielen fällt das gar nicht auf, weil das ist ja wie Unterhaltung gestaltet, seine Videos. Wir reden hier von Unterhaltung. Das könnte jetzt auch bei dieser, wie heißt die Show, heute Show laufen. Da wird ja auch erst mal nur gegiggelt und angegriffen und dann gibt es immer mal wieder eine Information, die mitgegeben wird. Und so war das jetzt gerade hier auch. Was bedeutet das? Es ist mein Körper, meine Wahl. Es gibt viele Frauen, die einen Aborten haben wollen, aber sie können nicht, weil das legalste System ihnen nicht ermöglicht. Und das ist einfach nicht fair. Das erste, was mir ins Auge gestochen ist, war dieses Bild oder beziehungsweise dieses Plakat, was die Frau gehalten hat, worauf stand, Aborten saves lives. Und da war ich natürlich direkt gut gelaunt. Es geht nicht darum, zu töten, aber es geht darum, zu töten. Es geht darum, zu töten, zu töten. Das ist jetzt aber auch nicht so fair, an der Kommunikation zu sagen, weil die Leute weniger verhüten, sind sie selber schuld, oder wie? Und deswegen sollte man das verbieten. Es ist ein heikles Thema, ein emotionales Thema, das ist mir bewusst. Ich schildere jetzt nur ganz vorsichtig meine Ansicht darüber und ich finde, ich als Mann habe da mal gar nichts zu kamellen, als nicht-gebärfähiger Mann. Hier, Schlüssel vor und zu, ist nicht meine Thematik. Da sollte man auch, aber trotz alledem auch als Frau nicht so pauschal etwas dazu sagen. Also das Thema Kommunikation ist bei den zwei höchst interessant. Da kann ich ja noch einiges von lernen. Aber wer sagt das denn? Also da reden wir natürlich von einer gewissen Menschenmenge, die das mitunterstimmt sagen wird, weil wir sind ja ganz, ganz viele und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit nun mal einfach da, dass es Leute gibt, die so denken. Aber das werden doch die wenigsten sein, die deswegen sich da hinstellen und sagen, wir brauchen das Recht auf Abtreibung. Im menschlich vertretbaren Rahmen zu gewissen Zeiten. Und dafür gibt es unsere Rechtsgrundlage. Dafür gibt es ja halt eben unsere Politik unter anderem. Okay. George Orwells Roman 1984 wird heutzutage anscheinend nicht mehr als Warnung, sondern als Anleitung verstanden. Aber kommen wir zurück zu dem Thema, warum die Menschen an diesem Tag demonstrieren waren. Die Unterdrückung der Frauen. Who do you think is more suppressed or oppressed, right? Women or unvaccinated people in 2021 to 2022? Honestly, I'm not going to comment on that one. Das ist intelligent. Who are you actually? Ah, I'm Leo. And you? I'm Anouk. But like, what are you doing? We are doing YouTube-Videos. Okay. And what are you? Political convictions? Well, you can ask me any question you want, if you... Die einfällt in der Information über meine Einstellung. Who want to get information about that? You don't want to say if you're right or left? Well, I don't like the terms of right and left, because today everyone is... left and right is. I guess it's... Oh je. Aber gut, man hätte jetzt... Gut, sie kommt nicht aus dem deutschsprachigen Bereich, deswegen würde sie die Partei nicht kennen. Aber ich hätte ja auch immer fragen können, was wählst du denn? Ist ja eine sehr, sehr schwere Frage zur jetzigen Zeit, weil keiner mehr wirklich so zufrieden mit den Parteiien ist. Okay. See you then? Okay. Perfekt. So, everyone that isn't left is right. It seems like you don't want to be convinced, so it's okay. Like... No, I had a question. Like, what do you think? Well, who was the most suppressed people like in the last two years? Women or unvaccinated people? It's like a simple question. Like, we don't really know how you really use our answers, so... Patreon, it's all uncut. An dieser sehr passenden Stelle wollen wir euch gerne darauf hinweisen, dass ihr unsere Arbeit aktiv mit einem Abonnement auf Patreon unterstützen könnt. Dafür bekommt ihr feinstes, kätzerisches Exklusivmaterial, wie zum Beispiel alle Interviews und den kompletten Demo-Verlauf uncut. Viel Spaß dabei. You can just answer, if you think women... Okay, also jetzt wird aber hier ein Thema komplett reingebracht, was ja eigentlich mit der Grundthematik von dieser Demo da nichts zu tun hat. Wer ist denn jetzt unterdrückter? Frauen oder ungeimpfte? Oder ungeimpfte Frauen? Passt ja beides nicht so zusammen und wir gehen da auch von zwei kompletten unterschiedlichen Unterdrückungen aus in den jeweiligen Bereichen, je nachdem, wie man es empfinden mag. Okay. ...are more oppressed or unvaccinated people in 2021, 2022? Not a competition. Yeah. Ja. Yeah, that's a question. Yeah, but we... Aber sie hat ja vollkommen recht, das ist kein Wettbewerb. Man kann beide Themen für sich betrachten. Und das, was... Da bin ich ganz offen und ehrlich, das, was passiert ist, teilweise gegen Leute, die sich nicht haben impfen lassen wollen, das war auch nicht erste Feine. Sahne, Fischfilet. Da sind Sachen gelaufen, die waren nicht in Ordnung, auch teilweise im Fernsehen, wo aufgerufen worden ist, mit sehr viel Nachdruck und teilweise auch Rhetorik, die unter die Gürtellinie ging. Wer erinnert sich denn nicht an die Forderung der Regierung, Frauen in Beugehaft zu stecken, weil sie der Blinddarm der Gesellschaft sind, die jetzt aus dem gesellschaftlichen Leben raus sind? Dazu, glaube ich, ist es wichtig, dass man eine klare Botschaft sendet den Ungeimpften. Ihr seid jetzt raus. Ja, genau, das ist es, was ich meine. Und das kann man jetzt natürlich wieder perfekt aufgreifen und verwerten und verarbeiten. Aber auch das sind teilweise politische Einzelmeinungen und decken halt eben nicht das gesamte Spektrum ab. Zum Glück, sage ich ganz ehrlich. Aus dem gesellschaftlichen Leben, auf die man mit dem Finger zeigen sollte, die zu prügeln sind, die gehen auf die Straße und demonstrieren gegen Impfung und ich kann sagen, sie sind wirklich zu prügeln sind. Auch hier fehlt mir jetzt die Einordnung. Ich kenne die Dame nicht. Ich weiß nicht, ob sie jetzt aus dem Privatbereich spricht oder aus dem politischen Bereich. Menschen. Ja, also. Und dann passieren solche Dinge. Und nicht mehr das Haus verlassen sollten. Fazit bis hierher. Männer unterdrücken Frauen. Aber gleichzeitig gibt es die Kategorien Männer und Frauen gar nicht, weil, 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 weil. How many genders do you think there are beside men and female? Er mischt Themen und ich glaube, ich habe genug. Ich habe, glaube ich, genug. Also er ist sehr geschickt in der Kommunikation und versucht das durchzusetzen, um für sich die passenden Bilder zu erzeugen, die dann natürlich auch hochgelebt werden. Und das kann ich alles verstehen. Das ist alles in Ordnung. Für mich ist das hier ein Warnsignal. Da bin ich ganz ehrlich, dass ein Ketzer der Neuzeit mit seinem YouTube-Kanal so massiv erfolgreich ist mit den Themen, die ihr teilweise hier aufspielt. Ich zeige euch mal ganz kurz die Übersicht, falls ihr den Kanal nicht kennen solltet. Hier gibt es So hart blamiert sich die Antifa auf dieser Feministen-Demo. Hier gibt es Wir haben Funk überholt. So haben wir es gefeiert. Verurteilt wegen falschen Gendern. So brutal wurde ich von diesem Feministen-Demo verbannt. Also es geht immer um dieses eine spezielle Kernthema. Dagegen zu sein. Und da fühlen sich viele abgeholt. Aber ich kann nicht nachempfinden, wie rechts oder wie politisch eingestellt ist denn jetzt der Ketzer der Neuzeit. Und da würde ich als Zuschauer vorsichtig werden. Weil es geht ja hier um Politik. Es wird oft auf das Gegenteil gezeigt. Es wird es hinterfragt. Es wird geketzt. Passt ja irgendwie. Aber wo gehen wir denn dann hin? Was ist denn jetzt das Ziel davon? Welchen Mehrwert bildet es? Oder reden wir hier von Spaltung? Ich weiß, er hat auch ein Video hochgeladen. Moment, wo haben wir es? Das hatte ich mir versucht anzuschauen, um es zu verwerten. Aber das hat dann auch wieder irgendwie nicht so wunderbar geklappt. Hier, das hatten wir jetzt gerade eben. Da hatten wir 14 Tage Praktikum bei einem rechten YouTuber. Also rechts hat er, glaube ich, hier in Anführungsstrichen gestellt. Okay. Ordnet sich da auch nicht selbstständig richtig ein. Wird er auch nicht zugezwungen. Hier, das hatte ich gesehen. Ich bin mit diesem Schild durch Berlin gelaufen. Nicht nachmachen. Und auf den Schildern stand drauf, ich bin rechts und ich bin links. Und da hat er versucht, den Kontext zu schaffen, dass man sich ja miteinander unterhalten muss. Hinter der Grundaussage kann man stehen. Die Frage ist nur, wie stark rechts sind wir? Wie stark links sind wir? Und das können wir auf beide Bereiche überwälzen. Weil dann werden wir kein Thema finden, über was wir vernünftig reden können, sobald wir im politischen Bereich sind. Deswegen, es ist ein sehr spezieller Content und für mich ist es das Warnsignal, dass einiges falsch läuft zwischenmenschlich, in der Kommunikation, Miteinander, wir können nicht mehr richtig miteinander. In der Politik, viele fühlen sich gar nicht mehr abgeholt, fühlen sich nicht mehr gehört und wollen sich dann hören lassen von Leuten, die halt dagegen sind, gegen das momentane Jetzt. Es sollte ein Weckruf sein für viele, viele Bereiche. Ich kann auch nochmal sagen und will es auch nochmal unterstreichen, wenn ihr Menschen wie dem Ketzer der Neuzeit begegnet und euch dann so zeigt, wie wir es teilweise mal, so schon mal bestimmt auf gewissen Plattformen gesehen haben. Er verwertet ja sehr, sehr viel. Vielleicht hast du ihn auch schon mal gesehen. Wenn ich dann da jemanden habe, der von der Antifa ist und ihn anschreit und wegdrückt, im besten Fall noch schlägt, ihm Morddrohungen hinterher jagt, ihr unterstützt eben genau die Leute, gegen die ihr eigentlich seid, weil ihr die Bilder erzeugt, die genau diese Leute gut verwerten können, um Content zu kreieren. Und das gilt für beide Seiten, aber ich habe es von der anderen Seite so ja, höchstens mal irgendwie in den Nachrichten gesehen. Naja, schildert mir gerne eure Meinung zu diesem ganzen Thema. Ich bin sehr, sehr interessiert, wie ihr zum Ketzer der Neuzeit steht. Das Wichtigste ist, bleibt bitte vernünftig im Kommentarbereich, auch wenn ihr unterschiedliche Meinungen habt. Weil ansonsten führen wir noch mehr Spaltung durch und das ist jetzt auch nicht unbedingt das Stil aller Dinge. Ja, übrigens, ich habe noch was, was ich euch zeigen wollte, um noch was Positives hier reinzuhalten in die Kamera. Das ist eine Oche-Platte und vielleicht wissen noch einige Leute, was Oche ist und was, wie und weshalb und warum. Zur kleinen Information, das ist Holz, was mit einem Laser geschnitten worden ist. Und das kann man sich als YouTuber oder auch als Privatperson hinten an die Wand hängen zur Schallreduzierung. Wir werden damit sich halt in kommender Zeit noch öfters drüber reden. Für Leute, die es interessiert, seid ihr schon mal ein bisschen informiert. Habt jetzt noch einen wunderschönen Resttag, genießt ihn noch irgendwie, macht was Gutes für euch, esst Haferflocken und seid nett zueinander. Jetzt sage ich Schritte. notamment Das heißt, Gestalt Fröhnen Untertitelung des ZDF, 2020